Wenn die Rieder keine Sorgen-Arena bis auf den letzten Platz gefüllt ist, dann ist im Innenviertel der österreichische Rekordmeister Rapid Wien in der Tip 3 Bundesliga zu Gast. Natürlich Rapid ist ein Verein, der schon Tradition hat und wie man weiß, gibt es dort auch sehr viele Fans, die das immer wieder pushen und so ist einfach Rapid eine Marke in Österreich, die natürlich auch in Ried zählt. Rapid Wien als Sekordmeister ist ein Fan-Magnet, nicht nur zuhause im Hanabi-Stadion, auch hier in Ried. Wenn Rapid zu uns kommt, ist das Haus immer voll, auch heute ist es voll, das ist schön und die Sponsorengespräche sind natürlich in einem vollen Haus einfach leichter. Die Spieler der SV Joskurit benötigen für solch ein Match keine außertourliche Motivation. Nein, ich habe heute in der Kabine mit unserem Zeigwart gesprochen, mit einer Rocki und der hat mir gesagt, diese Woche war für die Spieler sehr motivierend und sie freuen sich auf das Spiel heute und es bedarf keiner extra Motivation durch den Trainer. Dies bestätigen zeigt sich auch in Gedränge in den Fan-Sektoren der beiden Teams, wobei es zwischen den Riedern und den Wienern fast so etwas wie eine Freundschaft gibt. Im Innenviertel gibt es definitiv mehr Rieder. Aber es gibt sehr viele Ried-Fans, die auch mit Rapid sympathisieren. Da sind eigentlich auch Fan-Partnerschaften entstanden. Der Verein SK Rapid Wien und wir haben ja nicht umsonst die grüne Farbe mit dem Wappen. Im Match selbst gibt es dann auch Geschenke von der Gludowatzelf. In den ersten 15 Minuten lassen die Innenviertler 300-prozentige Chancen ungenützt und so kommt, was meistens kommt, der Gegner. Sprich, die Parkkult-Mannschaft nützt die ersten beiden Möglichkeiten. Boskovic in der 31. und Jelavic nur fünf Minuten später sorgen für eine 2 zu 0 Führung Rapids. Hoffnung keimt bei den Riedern nur kurz vor der Pause auf, als Jungstar Markus Hammerer in der 44. Minute auf 1 zu 2 verkürzt. In Halbzeit 2 sorgt Schiri Schörgenhofer mit vielen nicht nachvollziehbaren Pfiffen für mehr Aufregung als das Match selbst. So zeigt er auch in Minute 56 auf den Rieder-Elfmeterpunkt. Das haben viele im Stadion auch anders gesehen. Rapids Kapitän Steffen Hofmann ist egal. Souverän verwandelt er zum 3 zu 1 Endstand für den Rekordmeister, der damit nach zwei sieglosen Jahren wieder mit drei Punkten aus dem Innenviertel zurück in die Bundeshauptstadt fährt. Wir haben jetzt schon seit zwei Jahren hier nicht mehr gewonnen und ich denke, es war sehr wichtig, dass wir heute gewonnen haben. Und ja, bis auf die ersten zehn Minuten, wo wir uns bei unserem Torhüter bedanken müssen, glaube ich, haben wir das Spiel auch verdient gewonnen. Man hat sich gesehen, wir sind jetzt seit mehreren Partien in der Masterschaft umgeschlagen. Das spielerisch nicht so läuft, weiß eh jeder. Und ja, man sieht, man kommt nur durch den Kampf zu Punkten und das hat man heute wieder gesehen. Es hat andere Besonderheiten heute schon gegeben. Schon die Vorberichterstattung war darauf orientiert, dass wir als Favorit, obwohl wir fünf Spieler aus der unmittelbaren Defensive nicht zur Verfügung hatten und rapid mit einer B-Elf anreisen wird, unverständlich für mich, aber das war so. Und genauso war eine Besonderheit die ersten zehn Minuten, wo wir auch das eine oder andere Tor durch drei fette Chancen erzielen hätten können. Die Qualitätsunterschiede haben sich dann aber bemerkbar gemacht, dass innerhalb von kürzester Zeit eben dieses 0 zu 2 gefallen ist und wir sehr große Schwierigkeiten beim Herausspiegel gehabt haben, viele Ballfehler, viele Fehlpässe. Und deswegen auch das 1 zu 2 bis zur Halbzeit in Ordnung. Die absolute auch zusätzliche Besonderheit gab es aber trotzdem wegen der Ungleichgewichtung, die ich heute erwähnen muss durch Schiedsrichter Schürgenhofer. Ja, natürlich wäre sie geschehen gewinnen, aber dann war die blöde EFA-Situation. Das würde mich schon ein bisschen, aber ja, weiter trainieren und weiter arbeiten. Aber ich glaube, wir wollen im Cup in der Meisterschaft noch einiges gewinnen und werden sicher jetzt in Salzburg probieren, dass wir eine kleine Situation schaffen.